Zack! Flinten-Munition nehme ich mit. Nachladen kann ich schon... Das habe ich schon gelesen, oder? Achso, ja. Genau. Wir müssen auf jeden Fall in diesen Zerlegungsraum. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Flinte. Haben wir... Warte mal. Ja, zwei Arzneimittel haben wir mit. Und wir haben sogar noch eine Chemikalie mit. Eine flüssige. Können wir das... ...kombinieren wir mit irgendwas? Ich hatte gerade irgendwas gehört. Ich dachte, ich glaube, ja. Naja. Warum speichern das Spiel jetzt? Oder zumindest lädt es. Das Spiel lädt. Was sind das für Räuche gewesen? Die Fußtritte gerade. Das war nicht ich. Oh Gott. Wer wissen die, dass ich jetzt eine Flinte habe? Lasst jetzt neue Gegner spawnen. Das wäre so... Das wäre so fürchterlich. Puh. Nee, warte mal. Hier müssen wir gar nicht lang. Ich bin so... Ich bin so schlau. Ich gehe mal in Richtung Keller. Wir müssen ja hier lang. Genau. Jetzt in dem Moment gibt mir mal ein richtiges Auge. Das ist super. Das ist ein Traum. Wieso kommen die denn wieder? Ich bin so verarscht. Wieso kommen die denn wieder? Lass nach. Lass nach. Lass nach. Lass nach. Lass nach. Was? Wieso kommen die denn wieder? Ich dachte, die wären weg. Ich dachte, die wären weg. Wieso spawnen die denn wieder? What the fuck? Und wieso dich das... Hä? Ach ja, wir sind ja gestorben. Ach, stimmt ja. Ach Gott. Ich hab's ganz vergessen. Wir sind ja gestorben. Stimmt ja. So, der Diener wartet jetzt hier auf uns, ne? Hallo. War's das jetzt für den Ebenen oder steht der Nummer auf? Alter, ernsthaft? Drei Flintenkugeln braucht der. Ernsthaft? Boah, wie assi. Davon haben wir... Keine mehr, ne? Oder ein Schuss, super. Das bringt's auch. Von da ich weiß, dass hier noch jemand rumläuft. Und das Problem ist... ...der Schuss muss sitzen. Da ist er schon. Ach, da kommen noch... Ah, da kommen noch... ...Aua. Das sind insgesamt drei. Alter, was? Oh nein, wie der... Wo ist der hin? Ist mir egal. Ist mir egal. Ciao, ciao. Ach, die Flinten. Alter. Alter. Da kommen wir grad vor, wie die Terminator-End-Szene oder so. Kann ich irgendwas abschalten hier? Ich bin hier nur noch raus, ey. Ist irgendwas am Lied hier, ne? Puh. Starke, flüssige Chemikalie. Aha. Bin ganz schön mutig. Tür geht nicht zu, die bleibt offen, okay. Warte. Kann mit anderen Objekten kombiniert werden, um deren Eigenschaften zu verändern. Stärker als normale Flüssigelschemikalien. Aha. Aha. Das heißt, kann auch mit... Wahrscheinlich mit Munition verwendet werden. So wie wir das gelesen hatten im Ladebildschirm. Was haben wir hier? Huuuuh. Ähm. Ja, schön, dass das der Hundekopf ist. Aber da hängt gerade der... Das ist doch der Polizist vom Fenster, ne? Oh Gott. Den haben sie schon hier unten hingekarren. Okay. Oh, oh, oh. Flittenmunition, super. Ist nie ein gutes Zeichen, wenn man so viel Munition bekommt. Warte mal, kann ich das kombinieren mit... Ach, warte, ich dachte, das geht. Verdammt. Ich nehme mal den Kopf hier, ich... Ich sollte ihr Vater sein. Ich sollte ihr Vater sein. Und jetzt sagt sie, dass ihr ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Was? Und werde ihn leiden lassen. Und du mein Freund. Und du mein Freund. Wirst mir helfen. Ach, der hat gar nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Wie, du willst mir helfen? Ähm. Guck mal, der hat sich verändert. Guck mal, der verändert sich. Hm. Der hat gar nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Ich dachte, der hat jetzt sehr mitbekommen. Ohne Spaß. Der Polizist, der steht gleich auf. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Der wird gleich aufstehen oder darunter hängen und... Oh Gott. Oh Gott. Hm. Der hängt noch da. Okay. Gut. Sag mal zu mir im Schlafzimmer auch immer. Der hängt noch da. So, Freunde. Der Sonne. Da ist schon wieder Munition und Kraut. Und eine... Oh Gott. Oh nein. Wer Resident Evil kennt, ja, der weiß, dass... Warte mal, kombinieren. Geht das mit hier mit? Stark Arzneimittel? Stark Arzneimittel. Stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Okay, cool. Oh Gott. Wer Resident Evil kennt, der weiß, dass große Türen nie was Gutes bedeuten. Und wir sind nicht gut ausgerüstet. Peng, 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 peng. Ach du Kacke. Das wird wahrscheinlich diese Verarbeitungshalle sein. Wir kämpfen jetzt bestimmt gegen den Polizisten. Pass mal auf. Noch ist alles ruhig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie soll ich den denn platt kriegen mit meinen Fünf? Schussflint. Da ist er. Da oben. Da hängt er. Oh Gott. Oh Gott. Ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang gehen. Ich kann nicht hier rein. Warte mal, ich nehme mal eben das Kissen hier ab. Das stört mich. Bisschen bei VR. Ich will da nicht lang. Oh, die Tür ist noch offen. Gott sei Dank. Also zurück kann ich bestimmt noch. Kann ich mich erst umsehen da hinten oder? Aber wenn ich doch hier reingehe, dann kommt der doch bestimmt sofort, oder? Oder kommt der, wenn ich hier gehe? Liegt denn hier noch was, was wir gebrauchen können? Freunde, will ich sein. Oh Gott. Oh Gott. Armer Deputy. Armer Deputy. Armer Deputy, ja, ja. Warum habe ich nur so das Gefühl, dass der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell wieder, schnell die Tür zumachen. Schnell die Tür zumachen. Alter, was ist denn das hier? Davon träumst du auch nur, mein Freund. Ein kleiner Drecksack. Das wäre das Ticket nach draußen eigentlich. Hier brauchen wir einen Schlangenschlüssel. Mal gucken, wo wir den herkriegen. Schießpulver. Ach, Schießpulver hätten wir bestimmt mit der roten Chemikalie verbinden können. Verdammt. Ich würde gerne noch mal speichern, bevor es hier losgeht. Das wäre noch mal ein Traum. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach wird. Vor allem im VR-Modus. Da unten ist eine Kiste, komm, scheiß drauf. Oh Gott. Alter. Du kommst hier nicht auf. Alter, hau her, hau her, lass das. Alter, hau her, lass das. Das ist ja Kettensäge. Das ist nicht gut. Was hat er denn da? Oh. Oh. Ich weiß gar nicht gut, was er da hat. Oh. Alter, wir haben keine Mülle mehr. Oh. what the fuck? Geh es los! Oh mein Gott! Was ist Enix? Wtf? Wow, ich verrichte dich mal ne Runde. Oh mein Gott, was? Oh, geförd. Was, der Motor ist aus. Aber warte mal eben, mein Motor ist aus. Was? Alter, wie schwer ist das denn? Oh Gott, wie viel er aushält. Einfach mit der Kettensäge durch die Birne. Und er lebt einfach weiter. What the fuck, Alter? Was ist das denn? Oh Gott, mit Jack fertig werden. Lassen Sie sich nicht von Jack bizarres und tödlichen Waffen einschüchtern. Suchen Sie Umgehung nach etwas ab, das ihm im Kampf einen Vorteil verschaffen kann. Schön. Mhm. Ja, super. Achso, wir starten sofort wieder hier. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen... Es ist schon mal gut, dass es hier so ein kleiner Quick-Safe-Freund gibt. Armour Deputy. So, dann müssen wir mal den Weg loslegen, ne? Oh, wie viel der aushält vor allen Dingen. Alter Schwede. Hm, hallo? Ah! Du kannst hier nicht raus! Oh, Alter, was? Ah! Lass mich doch los! Ah! Hallo, ich konnte noch nichts machen! Ah! 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 Lass das doch! Lass mich doch in Ruhe! Guck mal hier! Äh, ich muss jetzt nachladen! Warte mal eben! Hast du kurz zwei Minuten? Danke! Uah! Wo ist er denn? Alter! Wie schnell er auch einfach ist! Du bringst mich hoch und ich komme sofort zurück! Was? Was ist das denn? Du bringst mich hoch und ich komme sofort zurück! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte Ruhe! Auf der hier die Wege! Je dran, danke! Holmes die Ehre, danke! Gib weg,��ial duaggerst起健 blocked! Lass mich, nach mir ... Barte, ups! Hat der jetzt abgewehrt? Ich weiß nicht, ob ich den Treppen versiege. Das ist das Problem. Da noch ein Treppen. How will you get? Come one by one, ihr meint. Käpt'n für den Massaker. Warte, mach da noch was für die. Ciao. Warte, 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 mein Freund, warte, mein Freund. Schau mal hier. So, wie wär's? Warte, zieh. Ich glaube jetzt ist er sauer, kann das sein? Alter, lass mich, lass mich doch! Wow, sauer! Okay, okay! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Kann ich mir mal buckle? Kann ich mirläppel? Nein, 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 nein! Ich bin froh, ich bin sowas von gut. Alter, wie viel hält sie eigentlich? Ich kann nicht abnehmen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Alter. Nein, nein, lass das. Lass das, lass das. Naja, kann aber auch gut abwehren, aber ich bin gleich froh, wenn es weiter geht. Alter, fuck, Mann. Alter, das ist doch nicht wahr, wie viel hält der denn aus, ey, der Stricher? Das ist doch nicht wahr. Gibt's doch gar nicht. Man, ey. Bacon Man. Ja, ja, mit Jack fertig werden. Man, ey. Ei, 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 ei. Wenn der schon so schwierig ist, oh Gott, wie wird denn dann... Ei, ei, ei. Wo ist denn... Hallo? Wo ist mein Mikro... Oh, hier ist mein Mikrofon. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen von der Kamera weggerutscht. Alter, wenn der schon so kurz spielt, finden dann die... Oh Gott, wie wird denn das dann in dem Wahnsinnig-Modus? Oh Gott. Ach, du heiliger Schoensack. Das spiele ich aber dann ohne VR. Da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Ei, 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 ei. Jetzt wäre gut Pistolen-Munition. Ja, 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 kennen wir ja schon. Hallo? Boah, ich hätte gerne jetzt schon die Kettensäge, damit ich ein bisschen Munition sparen kann. Du kommst hier nicht raus! Das wäre mir ja voll gut. Boah, was ist das? Boah, wie schnell er bei mir war! Alter! Du dreckst auch. Direkt... Ja, komm doch, komm doch, komm doch, ist mir doch egal. Guck mal hier. Du weißt, komm, kannst du nicht. So. Uah! Alter, wie schnell er aber auch ist! Ey, das ist doch abnormal! Hu! Nein! Alter, lass das! Nutzverschwendung, Jungen! Hey, das ist nicht! Halt den Schnabel und die Kacken! Hier. Du bist du deine scheiß Säge da. Du bist du deine scheiß Säge da. Oha, was? Huuuuh! Lanna! Ja! 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 Der kriegt auf jeden Fall Schnitte. Der kriegt auf jeden Fall. Der kriegt auf jeden Fall Schnitte. 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 Die sterben! Juhu! Freunde! Juhu! So, schau! Warte! Ja, das geht doch auch nicht! Das ist zuart normal! Wie es durch Power er hat! Juhu! 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 Alter, was? What the fuck? Tu mir eingefallen und bleib tot. Wollte ich gerade sagen? Huch, wo bringe ich jetzt auch noch das Heimittel her? Kann ich den Motor abstellen? Alter. So abnormal. Alter, ich hoffe, der ist fällig, der Typ. Ich hoffe, der ist so durch. Freunde, ich würde gerne speichern. Alter. Ach, guck mal. Freunde der Sonne. Alter, das war ein Kampf. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie die anderen Kämpfe werden. Warte mal.